Also dann, lassen Sie uns anfangen. Gut, fangen wir an. Schön. Wenn ich gerade ein bisschen prascheln, fangen wir an. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob ich jetzt noch Kekse esse oder nicht. Kekse esse, du weißt doch. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Und wie sich das am Frauentag gehört, sind heute keine Frauen anwesend. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik. Aber nichtsdestotrotz, liebe Grüße an alle Frauen da draußen. Natürlich. Und ganz nach liebe Grüße auch an den Erik, weil der hatte gestern Geburtstag. Deswegen alles Gute an dieser Stelle auch noch. Soll passieren, danke, danke. Ja, wieder ein Jahr näher an der Rente. Genau, das wiederholt sich. Obwohl jetzt die politischen Entscheidungen, die schieben ja die Rente immer weiter nach hinten. Ach, Hützauber. Ja, wie hat Reinhard Gräbel gestern gesagt in seinem Programm, hat er gemeint, ja, wenn man es schafft, kann man ja so bis 104 arbeiten. Dann kriegt man auch eine richtig gute Rente. Da kann man dann richtig gut reisen und so. Alles. Na super. Ja. Kann ich übrigens auch empfehlen. Reinhard Gräbel. Also wer den kennt, kann ja mal googeln. Das erste Berührungspunkt, den ich mit ihm hatte, war damals ein Song, der heißt Thüringen. Und da hat er sich so ein bisschen über mein Geburtsland sehr, auf sehr amüsante Art lustig gemacht. Er hat dann auch Brandenburg, ist auch sehr, hat glaube ich auch so ziemlich alle, alle Bundesländer. Also zum Beispiel in Thüringen hat er gemeint so, ja in Thüringen, in den kalten Wintern, da essen sie Hunde und so. Ja, aber das ist so. Also ich weiß. Ja, aber sein neues Programm Münchhausen, auch sehr lustig, gestern. Sehr empfehlenswert, ausverkauftes Haus hier in Stuttgart, Theater. Aber wir wollen ja eher mal über Filme sprechen. Oh, ich muss mal kurz was trinken hier. Irgendwie ein Frosch im Hals. Sagst du ja zu deutschem Wasser? Ähm, naja, es ist Wasser aus der Leitung, ja, aber mit Zitrone drin. Ist egal, ist deutsches Wasser. Ich hatte in der Sneak Preview den Film Waves und aufmerksame Hörer werden sich erinnern, wir hatten den bei den Tipps dabei. Und das war so ein Film, wo ich gesagt hatte, boah, wenn der kommt, ey, zwei Stunden. Und die Filmbeschreibung, die wir da vorgelesen hatten, die war jetzt nicht so erbaulich, dass ich gedacht hätte, ach, zu einem Montagabend so einen Film anzuschauen. Ja, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, auch wenn es relativ schwierig ist. Es geht um die Familie Williams. Die leben in Florida, also wer schon mal in, ja, Südflorida war, Miami, Seven Mile Bridge und so weiter. Da sieht man echt schöne, schöne Aufnahmen im Film. Da wird man viel wiedererkennen. Also die Familie Williams, die lebt dort. Die sind ganz gut situiert. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, irgendwie Unterschicht oder so, sondern schon, der Vater hat eine Firma, so eine Baufirma. Die bauen sehr viele so Eigenheime und das boomt ja eigentlich immer ganz gut dort. Und der hat auch für seine Familie ziemlich gut gesorgt. Also das Haus, was die haben, das ist auch, ja, ziemlich architektonisch ganz, ganz gut gelungen. Und ja, na, Pompös würde ich nicht sagen, aber man sieht schon, also die müssen nicht am Hungertuch nagen. Und der, wie wir dann erfahren, die, die Frau von ihm, die ist jetzt nicht die Mutter der beiden Kinder, sondern die ist angeheiratet, weil die Mutter der beiden Kinder ist verstorben. Und die beiden Kinder, habe ich hier irgendwo den Namen parat, Tyler und Emily, glaube ich, ja, Tyler und Emily, die, ja, die leben halt dort mit. Ja, Tyler, der ist in so einer Ringer-Mannschaft und in den USA ist ja so, dass in den, in den Schulen der Sport sehr stark vorangetrieben wird. Also sei es nun American Football oder, weiß nicht, was da noch alles gibt, Softball, Ring, Baseball, sonst was. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt und das macht auch so ein bisschen mit abhängig, was du vielleicht später mal werden kannst und wie deine weitere Entwicklung aussieht. Und der Junge, der ist nun in diesem Ringer-Team und sein Vater, der pusht die Namen ziemlich und der Vater ist auch sehr gut trainiert. Der hat auch so alle möglichen Trainingssachen zu Hause, hier so Gewichte und sonst was und trainiert dann immer mit seinem Sohn und siehst du auch schon, von der Figur her sind die alle beide sehr, sehr gut trainiert. Und der, der Tyler, also der, der Junge, der ist in der Schule dadurch auch sehr angesehen, weil er in dieser Ringer-Mannschaft echt mit einer der, der Besten ist. Und gerade so, so Sportskanonen, die haben ja immer einen ganz guten Stand, also er wird auf Partys eingeladen und die fahren dann da irgendwo, irgendwo raus in Florida an den Strand und machen dort Party. Und jetzt muss ich schon mal ein bisschen einhaken, denn der Film hat einen ziemlich geilen Soundtrack. Also wenn ihr Spotify habt, liebe Hörer, dann sucht mal nach Waves-Soundtrack, also Waves wie Wellen-Soundtrack müsst ihr mal gucken, weil da ist ein bisschen Mischmasch. Da gibt es natürlich auch so esoterische Sachen, so Waves, also Wellenrauschen, das natürlich nicht, sondern den wirklichen Film-Soundtrack auswählen. Und dann seht ihr schon so eine illustre Liste von, weiß nicht, von Oldschool-Hip-Hop bis ganz neue Sachen, Rap, Beats, Dance, Electronic Dance, Music, sonst was alles. Also eine wilde Mischung und der Film ist auch am Anfang, wo uns der Junge vorgestellt wird in seinem aktuellen Leben, wie er eben quasi das tolle Leben lebt als Sportsuperstar, als cooler Typ, als weiß nicht, wie man es noch beschreiben soll, ist quasi wie so ein Musikvideo. Also man sieht ihn immer dann so Party machen und mit seiner Freundin rummachen und sonst was alles und das Ganze wirklich unterlegt mit Musik. Man hört teilweise dann keine Dialoge, irgendwas, man sieht nur die Bilder und die Musik dazu und das ist so die Einführung in diesen Film. Wir erfahren dann aber relativ schnell, dass ihm immer mal so ein bisschen die Schulter wehtut und er versucht das dann mit Medikamenten auch. Also er nimmt dann immer irgendwelche Schmerzmittel und nimmt sogar von seinem Vater welche, der auch irgendwie welche hat, weil er hat auch eine Sportverletzung. Das wird aber nicht weiter thematisiert. Es ist wohl aber so, dass er früher auch mal im Sport ganz gut war. Ich glaube, Football wollte er machen und hatte dann irgendwie ein Problem mit dem Knie und musste aufhören und nimmt seitdem auch Schmerzmittel. Das wird aber nicht so in der Tiefe thematisiert, sondern es geht eher um den Jungen, der eben dann im Training nicht mehr so richtig gut mithalten kann, weil er geht dann auch mal zu einer Ärztin, da wird dann ins MHT reingeschoben, da wird eben festgestellt, oh, da ist echt, da ist viel im Argen, da ist einiges passiert, auch dadurch, dass die Verletzung verschleppt wurde und nicht rechtzeitig behandelt wurde. Und sie gibt ihm auch mehr oder weniger mit, dass wenn er jetzt in die Saison rein startet, dass er dann wahrscheinlich den ersten Kampf kaum überstehen wird ohne schwere Verletzung oder ohne, dass das wirklich absolut irreparabel ist, was da passiert. Und er, weil ihn sein Vater auch so pusht und alle gucken auf ihn, dann beißt er sich irgendwie trotzdem durch. Er sagt zu der Ärztin, sie soll das nicht seinen Eltern sagen, weil normalerweise ist er, glaube ich, noch so vom Alter her, dass sie denen das sagen müssten. Er will denen das irgendwie selber sagen, weil er auch irgendwie eine Operation bräuchte und ballert sich dann mit Schmerzmitteln zu und macht so die Kämpfe. Und irgendwann passiert es dann halt, dass er eben nicht mehr gewinnt, weil ihm eben die Schulter so wehtut und bleibt dann auch verletzt mal auf der Matte liegen und wird dann auch so mit Armen verbunden, abtransportiert und alles. Und dann offenbart er das auch seinen Eltern. Und dann bricht so sein Leben so ein bisschen auseinander, weil dann ist zum einen, ja, weil er jetzt eben nicht mehr der große Sportsuperstar ist, wird er halt von seinen Mitschülern nicht mehr ganz so, ja, also sonst haben sie ja immer einen Star mit zu ihren Partys eingeladen, wenn sie ihn eingeladen haben, das ist jetzt halt alles nicht mehr so. Und es kommen dann auch noch andere persönliche Probleme dazu, weil zum Beispiel seine Freundin, die sagt ihm, dass sie wohl überfällig ist mit ihrer Periode und das kommt dann halt auch noch mit dazu, weil die sehr jung sind und wollen ja dann auch noch irgendwie aufs College gehen und so. Das kann er dann auch überhaupt nicht brauchen und jetzt muss ich überlegen, wie weit ich erzähle. Das Problem bei dem Film ist, der ist eigentlich, sind das so drei Akte, kann man fast sagen. Drei Wellen. Naja, nee, Wellen hat eher was damit zu tun, dass es mal so vorgeht und mal zurückgeht, also mal ist positiv, mal ist negativ, das Leben. Hier ist es so, der Film sind eigentlich so drei Teile. Jetzt gehe ich schon so ein bisschen in den zweiten Teil rein, wenn ich sage, sie offenbart ihm, dass sie schwanger ist. Den dritten Teil darf ich aber wirklich eigentlich gar nicht spoilern, aber der ist eigentlich, eigentlich ist der das Sehenswerte an dem ganzen Film. In dem dritten Teil des Films ist auch nicht mehr dieser Teiler die Hauptfigur, sondern jemand völlig anderes. Also der Film ändert dann irgendwie vollkommen seine Richtung und erzählt wirklich eine sehr anrührende und noch toll erzählte und gut gespielte Geschichte. Wie kann man es jetzt vielleicht noch rüberbringen? Ach, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall spielt dort der, ach Moment, jetzt muss ich kurz einen Namen raussuchen, der aus Manchester by the Sea zum Beispiel mit, den ich sehr mag, wo ich immer gesagt habe, ey, wenn der irgendwo mitspielt, ist es meistens dann ein guter Film. Ach, Josh, 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 wie heißt er noch? Josh, Josh. Josh? Joshua Brock Tinkton? Nein, 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 warte mal. Warte mal, Josh, nee. Lukas Hedges, sorry. Ja, Lukas Hedges heißt er, genau. Der spielt in dem dritten Part des Films die tragende Rolle. Ich will jetzt mal nicht sagen, was er ist und wer er ist und warum, weshalb, wieso. Aber die ersten zwei Teile des Films, die zwar nur am Rande was mit diesem dritten Teil zu tun haben, sind trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig für den letzten Teil. Mehr will ich mal nicht sagen. Und alle Filmbeschreibungen, die man so liest, beziehen sich eigentlich immer nur aus verständlichen Gründen auf diesen ersten Teil oder vielleicht ein bisschen noch mit auf den zweiten Teil. Aber aus verständlichen Gründen eben nicht über den dritten Teil, den ich jetzt auch nicht spoilern werde. Aber blöderweise ist das echt der absolut sehenswerte Teil, wo ich dann wirklich drin saß, was hat der Film jetzt hier für eine Wendung genommen und in welche Richtung geht das jetzt und wie gut ist das jetzt gerade, was ich hier gerade sehe. Also da, das hat mich wirklich umgehauen, dieser letzte Teil. Der Anfang hätte vielleicht, die ersten zwei Teile des Films hätten vielleicht ein bisschen gerafter sein können. Da hätte es vielleicht nicht unbedingt jede Szene gebraucht. Es ist dann nämlich noch so, dass dann auch die Familie, also sprich der Vater von Tyler und seine Frau, dass die so ein bisschen auseinander gehen, weil dann auch einiges passiert in den Familienleben, wo die Frau jetzt im Zweifel ist, ob sie alles richtig gemacht hat oder ob nicht der Vater da auch noch eine gewisse Schuld dran hat und so. So, dass sie dann ihre Probleme haben und die Tochter, also die Schwester vom Tyler, die ja noch ein bisschen jünger ist als er, die bekommt das alles so hautnah mit und muss auch irgendwie ihren eigenen Weg finden. Sie ist ja auch gerade in der Phase des Erwachsenwerdens und so. Also, das, ja, ich weiß nicht, da hätte es vielleicht nicht ganz so viel Fokus drauf gebraucht, weil, wenn ich jetzt sage, die ersten zwei Drittel, das ist nicht ganz so. Also der letzte Teil ist schon sehr lang, der wirklich sehenswerte Teil und ich weiß nicht, ich kann den Film nicht verkaufen, das funktioniert nicht, weil ich müsste eigentlich was erzählen, warum der letzte Teil so bewegend ist, damit vielleicht jemand sich diesen Film anschaut. Was ich aber noch spoilerfrei sagen kann, ist, dass der Score von Trent Reznor gemacht wurde, kennst du den? Von Nine Inch Nails, der hat zum Beispiel auch den Score für Fight Club gemacht. Also wirklich so eine ganz krude, elektronische, elektronischen Score teilweise. Hier fand ich ihn in vielen Szenen absolut gelungen. Also auch weil am Anfang, der fängt an mit so einer Musik, wo ich dachte, boah, das ist ja ein geiles Ding. Und dann steht da Score bei Trent Reznor und Atticus Ross und dachte ich, okay, ja, alles klar. Also zumindest mal vom Score her wird mir dieser Film gefallen. Ich hatte ja ein paar Bedenken gehabt. Und dann kam eben auch noch die wirklich gute Soundtrack-Auswahl mit den Songs dazu, die wirklich extrem gut gepasst hat. Und auch diese Regieführung bei diesen Musik-Video-artigen Clips. Das war der Wahnsinn. Und dann halt dieser letzte Teil, der mich wirklich extrem weggehauen hat. Also im positiven Sinne. Ja, mehr kann ich dazu nichts sagen, weil mich die ersten zwei Parts nicht ganz so abgeholt haben. Und ich glaube auch, der Film hat in den ersten zwei Teilen sehr viele Sollbruchstellen, wo Zuschauer einfach verlieren kann. Ja, das könnte durchaus passieren. Also wenn man da vielleicht irgendwie, weiß nicht, da nicht in der Stimmung ist für das, was da gerade kommt, dann ist man einfach raus. Und da, diese Sollbruchstellen sind leider relativ dünn, sodass eben wirklich die kleinste Bewegung ausreicht, da macht es knack und da ist man raus. Und wenn man dem Film aber eine Chance gibt und ich saß nur einmal drin, dachte ich, okay, jetzt guck mal, was mich da erwartet und bin da so ein bisschen, hab mich da so mittreiben lassen mit diesen Wellen da. Und also mich hat er ja schon, also nicht die ersten zwei Teile habe ich jetzt noch nicht so sehr. Da dachte ich auch so, oh, okay, ganz schön heftig, was hier so passiert. Aber es ist auch nicht so, wir hatten ja, glaube ich, zusammengefasst gesagt, dass es in dem Film darum geht, dass er irgendwie in die Drogenabhängigkeit schlittert, weil er Medikamente nimmt. Und das ist nicht so. Also da geht es eher darum, wie sich die Gesellschaft auch da ändert um ihn herum, wenn er eben nicht mehr der große Star ist und wie er als Erwachsenwerdender damit auch klarkommt. Und das sind eher solche Geschichten und ziemlich gut gespielt auch. Ich gebe dem Film sieben von zehn Punkten und ich gucke gerade noch hier in die Gruppe rein. Das spaltet sich auch so ein bisschen auf, wie ich vermutet habe, weil durch die Sollbruchstellen im Film, wenn er in der verliert, da, der eine hat auch geschrieben hier, wie lange ging denn der Film? Sitzen immer noch welche im Kinosaal? Ich bin 23.30 Uhr rausgegangen, da war das Ende noch lange nicht in Sicht. Da habe ich ihm erst mal geschrieben, also um 23.30 Uhr war der Film schon 15 Minuten vorbei. Ich weiß nicht, wo du warst. Ja, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, weil ich meine, hey, ja klar ging der Film lang, aber gerade der letzte Teil, also wenn den, ich achte mal drauf, noch hatte den kein anderer in der Sneak Preview, die ich so kenne und die vielleicht einen Podcast haben oder einen Videochannel oder sowas, die dann manchmal so Filmkritiken machen. Ich bin mal echt gespannt drauf, was so andere sagen. Ich denke mal, das wird sich so spalten zwischen, oh, ich habe mich da überhaupt nicht reingefunden und der Film hat mich irgendwann verloren, am Anfang schon. Und dann, ja, ich glaube, wenn man einmal, ja, dem Film positiv gegenübersteht oder zumindest ihm eine Chance gibt und bis zu diesem letzten Teil durchhält, der wirklich überragend ist, wie ich finde. Also eigentlich, eigentlich hätte man diesen letzten Teil auch einzeln als Film machen können, glaube ich. Ja, aber du hast davor gesagt, der erste Teil muss schon sein, um da hinzuführen. Ich habe mir da schon eine Weile Gedanken drüber gemacht über den Film jetzt die letzte Woche und ich habe auch gedacht, naja, vielleicht hätte man es irgendwie schon irgendwie erzählen können, vielleicht mit ein paar Rückblenden oder so, dass man wirklich diesen etwas längeren Teil am Anfang, wo es viele Möglichkeiten gibt, dass man die Zuschauer verliert, wo man es einfach umgeht und dann wirklich nur den wirklich absolut starken letzten Teil nimmt. Ah, ja, also Waves. Von zwei bis acht sind alle Bewertungen dabei. Ja, ja, genau. Mir hast du jetzt nicht wirklich Bock gemacht auf den Film. Ah, ich würde dir trotzdem mal empfehlen. Also Soundtrack-mäßig voll geil und auch wie sich der Soundtrack ändert, also dann, wenn sich auch die Stimmung des Films ändert. Das ist so ein Film, du hast eigentlich, außer jetzt in diesem letzten Teil, hast du eigentlich fast in jedem Moment richtig Musik gehabt, Songs. Das ist eigentlich, also es war wirklich wie so ein Musikvideo oder Konzertvideo oder irgendwas. Bloß im letzten Teil dann nicht mehr, weil dann, wie gesagt, geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Sehenswerter Film, wie ich finde. Andere eher nicht so. Und ja, wie schauen denn da die Tipps für morgen aus? Das wäre dann die Sneak Nummer 1043 am 9. März auch schon wieder, sagen wir mal. Das Jahr ist jetzt auch schon drei Monate alt, also. Am 9. März und der Tipp lautet, ein spezielles Hotel. So, Erik, sind da schon Tipps eingegangen? Ja, ich habe einen getippt, nämlich Hotel Belgrad, das ist übrigens vom Kinostar Verleih, da haben wir ja nur in Anführungszeichen gute Erfahrungen gemacht. Dann läuft noch, oder ist noch getippt worden, Suicide Tourist vom Martin, genau, schöne Grüße. Und da geht es wohl darum, hier Max soll dir dabei helfen, irgendwas zu ermitteln. Bei der Recherche stößt er auf einen Werbefilm eines mysteriösen Hotels World's End. Hat leider nichts mit der Cornetto Trilogie zu tun. Kurz vor seinem Tod hatte Arthur mit diesem Hotel zu tun. Ist es nicht irgendein Hotel, denn das Hotel bietet geplante und betreute Suizide an? Wenn man dort einmal eingecheckt hat, gibt es kein Zurück mehr. Könnte sein. Oder Don Vito hat getippt, A Quiet Place 2. Ist das irgendwas mit einem Hotel zu tun? Weiß nicht, egal. Hm, naja, mal gucken, was da kommt. Ich werde ja morgen nicht ins Kino gehen. Weil hier der DFB gemeint hat, der VfB verdient doch mal wieder ein Montagsspiel. Das war die deutsche Fußballliga, die DFL. DFL, alles scheiße, sag ich dir. Und der Hopp hat eine Mutter. Das sind alles Söhne von Müttern. Und der Hopp hat eine Mutter, genau. Und der DFL hat auch eine Mutter. So eine Mutter. Eure Mütter eher. Moment, eure Mütter sind cool. Ja, ich weiß. Die treten auch demnächst im Theaterhaus auf. Habe ich gestern das Poster gesehen. Ja, mal gucken. Du gehst ja ins Kino auf jeden Fall und wirst dann berichten. Ich drücke dir die Daumen, dass was Gutes kommt. Die Stange halten. Vielleicht so im jetzigen Ranking von den Tipps würde ich sagen, ich würde am liebsten eine Quiet Place 2 sehen, obwohl der wahrscheinlich nicht kommt. Suicide Tourist interessiert mich immer noch ein bisschen mehr als Hotel Belgrad. Also, naja. So, ich war nochmal im Kino und habe mir den Ip Man angeschaut. Nachdem ich ja die anderen, die kenne ich auch alle, habe ich auch alle irgendwie gesehen gehabt auf Disc oder so. Und ja, weil ich an meinem Geburtstag immer ganz gern mal ins Kino gehe, habe ich das auch gestern getan, weil ich nicht gedacht hatte, dass irgendjemand da Bock hat mitzugehen, bin ich einfach mal allein gegangen. Es hat sich gerade angeboten. Und habe mir den neuen Ip Man 4 The Finale angeschaut. Und hier ist es so, hier bekommt am Anfang so eine kleine Geschichte, dass Ip Man sitzt bei einem Kung-Fu-Wettbewerb, großes Ding hier in San Francisco. Das spielt so in, ich weiß gar nicht wann, 60er oder 70er Jahre oder so. 60er Jahre eher, ja. Genau, weil er ist ja, Ip Man ist ja der Trainer, der berühmte Trainer von Bruce Lee. Also der, der Bruce Lee so trainiert hat. Und das ist ja jetzt kein Quatsch, das ist ja wirklich so gewesen. Und er fährt halt dorthin nach San Francisco und sieht dort seinen Schüler, Bruce Lee, bei so einem Turnier antreten. Und wir erfahren, kommt so eine Einblendung so drei Monate vorher, da ist er noch in China und er erfährt zum einen, dass er von seinem jahrelangen Rauchen da irgendeinen Krebs hat, ich glaube Kehlkopf oder Lungenkrebs oder sowas und nicht mehr lange zu leben hat. Und sein Sohn, Ip Jing, der wird in der Schule immer gemobbt und wehrt sich da schlagkräftig, weil er das ja kann, dagegen. Also gibt es immer Kämpfe dann in der Schule und der Lehrer oder der Direktor sagt dann, na, wir können den hier nicht behalten, das bringt zu viel Unruhe. Er soll sich doch bitte was anderes suchen. Und jetzt kommt er auf die Idee, dass er seinen Sohn irgendwo in die USA bringt, weil er hat auch bessere Möglichkeiten. Und er hat es ja gesehen bei Bruce Lee, wie gut das da gelaufen ist. Bruce Lee hat mittlerweile auch mehrere so Kampfkunstschulen eröffnet und lädt ihn ein, doch mal da hinzukommen, auch zu diesem Event. Und wir wissen ja schon aus der ersten Einblendung, dass er da ist irgendwie, also muss er hingekommen sein. Und er reist dann auch dorthin und möchte als erstes eigentlich für seinen Sohn irgendwo eine Schule, da braucht er irgend so ein Formular, muss da ausgefüllt werden. Da gibt es irgend so eine Community, da muss er sich melden. Also für die Immigranten, die nach San Francisco einwandern wollen, die brauchen so einen Stempel irgendwie, dass er eben nicht nur, weiß nicht so, nicht nur so irgendwie in Anführungszeichen Flüchtling ist, sondern dass er irgendwo da auch was nachweisen kann und braucht einen Leumund und so weiter, damit er in die Schule kann. Er begibt sich dann, Ipman begibt sich dann zu so einem Komitee und der Chef dieses Komitees, das ist so ein Komitee von Meistern in diesem Kampfkunst, der macht gleich deutlich, dass er nicht viel von ihm hält, weil sein Schüler Bruce Lee eben diese Kampfkunstschulen dort eröffnet hat in Amerika und auch amerikanischen Bürgern die Kampfkunst nahe bringt. Und davon halten sie nicht so viel, weil eigentlich sollte das eher was sein, was für eben die Chinesen gedacht ist und eben nicht breit gestreut wären hier unter anderem. Und das sollte denen eigentlich vorbehalten bleiben, diese in Anführungszeichen Waffe des Kung Fu und Wing Chun und was sie alles machen. Ja, und macht ihm deutlich, er wird das da nicht unterschreiben. Es kommt dann aber dazu, dass Ipman die Tochter dieses Meisters zufällig mal rettet in der Schule, als er da ist, um wegen seinem Sohn was abzusprechen. Und er rettet sie und bringt sie nach Hause, weiß das gar nicht, dass das die Tochter von dem ist, sondern treffen die beiden sich wieder. Und dann gibt es noch eine weitere... Oh, sorry, ich muss noch kurz was trinken hier. Zu viel erzählt. Eine weitere Storylinie von einem Chinesen, der bei den, ich glaube, US Marines ist. Und die US Marines sind ja die härtesten der Härten der Härten und die trainieren natürlich auch Kampfsport. Und bis dahin trainieren die immer Karate, was ja wirklich nur so mit Kraft zu tun hat, irgendwelche Ziegelsteine durchhauen und sonst was. Und er will halt denen auch so die anderen Kampfkünste beibringen, zum Beispiel Kung Fu. Und da ist dieser Trainer, den die dort haben, so ein übelstes Tier. Der ist da nicht so erfreut. Nein, wir machen hier Karate weiter und so. Was dann dazu führt, weil er dann auch seinen Chef mal so ein bisschen hintergeht. Er geht dann zu dem großen General hin und sagt, hier, das wäre doch auch mal was für uns hier. Und da gibt es dann auch ziemlich einen Beef. Und da gibt es dann auch einige Kämpfe, die dann daraus entstehen, wie es halt so bei jedem Mann so ist. Und die sind allesamt ziemlich cool choreografiert und gemacht. Und darum geht es ja eigentlich auch in dem Film. Man guckt den sich ja kaum wegen der Story an. Das sind ja viele so Martial-Arts-Filme, die haben ja eine Story, die ist eher so Banane. Da zählen dann halt einfach so die Kampfszenen. Und die fand ich hier ziemlich gelungen auch in dem Film. Also die Choreografien und auch sonst so diese ganze, diese 60er-Jahre, wie sie es alles so dargestellt haben, fand ich schon sehr gelungen. War ein schöner Film. Also wenn man die vorhergehenden Filme auch gemocht hat, weil es ein paar Sachen, ein paar Storylinien aus vorhergehenden Teilen werden da so ein bisschen aufgegriffen und nochmal erwähnt. Und wie es halt heißt, The Finale, da kommt dann halt auch am Ende, fast so wie bei dem Rambo jetzt, bei dem letzten, den ich gesehen habe, da kamen ja auch viele Aufnahmen von den vorhergehenden Rambo-Filmen. Das war halt hier auch. Da wurden nochmal so ein paar echt schöne Szenen nochmal mit Musik untergelegt und gezeigt, weil es soll ja dann der Abschluss sein dieser Reihe. Wen das gefällt, diese Martial-Arts-Sachen, und eben nicht Hollywood-like irgendwie so weggewaschen und weiß nicht, irgendwelche Hollywood-Kampfkunstfilme, sondern der kommt ja irgendwie aus China. Da waren ganz viele Chinese Schriftzeichen bei den Produktionsfirmen am Anfang. Der sollte hier mal einen Blick riskieren, definitiv. Also, ich weiß nicht, wo ich punktemäßig bin, ich glaube ich auch so, in dem Bereich hier bei diesen Martial-Arts-Filmen, bin ich glaube ich auch so bei sieben Punkten. Also hat mir echt gut gefallen. Ging es ordentlich ab. Mir ist ja bemerkenswert, dass du trotz der aktuellen Situation ins Kino gegangen bist, wo doch jetzt auch der neue Bond verschoben wurde. Du, ich war fast alleine in dem Saal. Der lief ja auch schon eine Weile. Sowas. Ja. Da war nicht viel los, der ist ja schon fast durch im Kino. Das war im Wunder, dass der hier noch lief. Aber auch da, weiß ich nicht, hast du mich auch nicht so gecatcht gerade. Ja, ich habe halt so gerne die Martial-Arts, die irgendwie Sektenrechte kamen und der Shaolin und sonst was alles. Diese alten Dinger, die habe ich auch gerne gesehen. Ja, trotzdem. Ja, dann mal gucken, ob du mich erwischst bei deinem Film, den du im Heimkino gesehen hast. Da habe ich einen Trenner-Moment. Heimkino. Au, Entschuldigung. The floor is loose. Ich habe gerade noch mal beim Mikrofon hier mehr oder weniger geheadbuttet. Ich habe mangelster Alternativen auf dem Filmemarkt, weil ich auch keine Zeit für Kino hatte, mich zu Hause hingesetzt und habe nicht nur zum einen die kranke Kate diese Woche vor The Dead Don't Die gesetzt und da noch mal mit reingeguckt. Das muss ich ganz kurz erwähnen. Einfach ein absolut großartiger Film. Sie feiert ihn auch ziemlich, kann ich schon mal verraten. Einfach mal spoilern. Wird demnächst auch noch kommen. Und es gibt auf Sky aktuell noch einen anderen Zombie-Film, relativ neu und frisch, nämlich Little Monsters. Ach, war das das mit dem Kindergarten? Das war das mit den Kids, genau. Da hatten wir doch mal den Trailer, ne? Kann das sein? Genau, da fand ich den Trailer relativ witzig. Es ist ein Comedy, es heißt als Comedy-Horror, Zombie-Film in den Hauptrollen Lupita Nyong'o als Miss Caroline. Die kennen wir ja als Mas Kanata von Star Wars oder aus Weir oder aus Black Panther, da hat sie auch mitgespielt. Oh, Carolina. Nein, Miss Caroline. Das kommt auch aus dem Film, ja. Aber ich habe das nicht in die Playlist aufgenommen. Twelve Years a Slave, da war sie auch dabei. Und Alexander England, der spielt Dave. Und Dave ist eigentlich der, den wir ganz am Anfang schon kennenlernen dürfen, weil, der spielt auch mit bei Alien Covenant übrigens, aber du hast das nur mal am Rande. Dave ist relativ erfolgloser Musiker, der einmal eine Band hatte, aber das ist schon sechs Jahre her, macht jetzt, versucht sich so ein bisschen durchzuschlagen mit Straßenmusik, aber ist einfach nur komplett traurige, eigentlich eine echt traurige Gesellschaft oder ein trauriger Typ. Und der wohnt jetzt gerade bei seiner Schwester mit ihrem kleinen Sohn Felix. Felix, das Ganze spielt in Australien, muss man dazu sagen. Und ja, er soll halt eines Tages dann, also er ist der typische Versager und soll halt den kleinen Felix, der so ziemlich gegen alles allergisch ist, was es gibt auf der Welt, äh, Kutin und was ist, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Also das ist, ähm, der kleine Felix ist ein, äh, ja, ziemlich gestraftes Kind, was das alles angeht. Und den darf er eben mit begleiten in den Kindergarten oder ihn zum Kindergarten bringen. Und dort trifft er dann eben auf Miss Caroline und ist total fasziniert von ihr, weil die ist ja so hübsch und so sexy und so toll und, ah, und wie die mit den Kindern umgeht, ist echt super. Also Miss Caroline ist die Kindergärtnerin oder halt die Aufpasserin, Erzieherin von diesen, ja, knapp zehn Kids, werden es wohl sein. und, ja, wie es halt das Schicksal so will, äh, gibt es einen Ausflug, einen geplanten Ausflug, wo die zu weite Begleitperson nicht mit kann. Und deswegen fällt der Ausflug fast flach, wenn dann nicht Onkel Dave wäre, der einspringt, weil er natürlich Miss Caroline beeindrucken möchte. Und dann geht's ins, äh, Pleasant, Pleasant Valley heißt es, glaube ich. Pleasant Valley? Das war ein Moment, wo ich, wo ich laut lachen musste, ähm, leider einer der wenigen. Und, gibt's auch noch den Water Willows Water Park? Ja, der fehlt noch. Äh, jedenfalls fahren sie dorthin, um auch Teddy McGiggle zu sehen, das ist ein Kinderstar, gespielt von Josh Gad, den kennt man auch aus, ähm, verschiedenen Filmen. Also ich glaube, er spricht den, Olaf, genau, er spricht im Original den Olaf aus der Eiskönigin, er spricht bei Angry Birds einen, ähm, also wenn man ihn sieht, er spielt auch immer im Orient Express mit, man kennt ihn, man kennt ihn auf jeden Fall. Äh, auch bei Schön und das Biest, bei der Realvorfilmung spielt er Le Fou und solche Sachen. Ähm, und, ja, die wollen dort eigentlich einen relativ witzigen Nachmittag verbringen oder einen relativ coolen Nachmittag mit Minigolf und was weiß ich, was alles. Wenn nicht in der, nebenangelegenen Militärbasis, der, wenn ich es richtig weiß, Amerikaner, es zu einem folgenschweren Ausbruch kam oder gekommen wäre, wo eben irgendwelche festgehaltenen Zombies ausbrechen können und jetzt rat mal, wo die Zombies hingehen. Dahin natürlich. Natürlich, die gehen nach Placent Valley verwüsten da natürlich alles, reißen alle Menschen runter, nur eben die kleine Kindergartengruppe nicht um, ja, eben Dave und Miss Caroline mit ihren Kids und den kleinen Felix. Und ja, sie verschanzen sich dann in einem Häuslein, wo sie dann auch noch auf Teddy McGiggle wieder treffen, der sich als ziemlich arroganter, sechssüchtiger Arsch herausstellt, völlig überraschend. Und es beginnt eben der Kampf ums nackte Überleben gegen die bösen Zombies, die, wie wir erfahren, auch vom Militär dann erfahren, dass das Gebiet weiter mich absperrt, nämlich drumherum, bei der Frage, welche Zombies sind es, die schnellen oder die langsamen? Nee, sind die langsamen? Ah ja, dann ist ja nicht so schlimm. Okay. Ja. Also die sind so schlurfen, äh, na, na, ja genau, die schlurfen so ein bisschen und auf jeden Fall müssen Miss Caroline und Dave halt die ganze Zeit die Kids ein bisschen bei Laune halten und auch überlegen, wie sie da rauskommen, weil das Militär beschließt, ach, wir sprengen einfach das ganze Gebiet schön mit so einer kleinen Atombombe weg und dann hat sich das erledigt da erstmal. Trotz der Kollateralschäden da. Genau, weil man geht eh davon aus, dass da keiner mehr lebt. Ob die da rauskommen, wie die da rauskommen und ob sich vielleicht tatsächlich zwischen Dave und Miss Caroline noch eine Liebesgeschichte entwickelt. Spoiler Warnung, Kinder sterben nicht in amerikanischen Filmen. Ja, und welche Rolle Darth Vader spielt in diesem Film, möchte ich jetzt mal noch nicht verraten. Also, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen, ich fand den Trailer ganz cool und war dann ja, ein wenig enttäuscht, ist glaube ich das Richtige. Der Film trieft am Anfang von kindlichem, dummen Humor sehr viel Fäkalsprache, es wird schon deutlich gezeigt, dass Dave eigentlich ein völliger Versager ist, also auch wenn er dann mit Felix bei seiner Ex auftaucht, um die zu fragen, ob sie ihn heiraten will, obwohl sie ihn rausgeschmissen hat und die vögelt gerade in Arbeitskollegen und der kleine Junge steht halt da mit dem Schild, möchtest du mich heiraten und sie hockt gerade quasi nackt auf dem Kerl drauf und sieht das dann in der Türe so, was, solche Situationen werden da kreiert an einer Tour, also es ist nicht immer mit Sex oder sowas, sondern einfach so Situationen und nicht nur eine, also das gibt es öfters, dass man sich denkt so, okay, hätte ich jetzt so nicht gebraucht, hätte es die Szene gebraucht, weiß ich nicht, also Director von dem Film ist Abe Forsyth, der hat, oh Gott, jetzt muss ich nochmal gucken, der hat nämlich glaube ich noch andere Sachen auch noch gemacht, nur, ja, für mich, für mich hat der Film nicht wirklich gezündet, ne, er hat wirklich tatsächlich, es ist sein zweiter richtiger Film, Down Under, Man at Beach, ist noch so ein, hat er gespielt, Down Under, also keine Ahnung, klingt ja wie auch nur Männer am Strand, ganz unten, also, für mich hat der Film leider überhaupt nicht gezündet und zwar ganz, ganz, ganz wenig, wenn überhaupt nur, weil, wie gesagt, der Humor ist überschaubar, die Zombies sind ja nicht hergerichtet, die Musik ist relativ witzig, aber auch, also witzig und auf der anderen Seite relativ nervig, weil, äh, Miss Caroline spielt nämlich am liebsten Songs von Taylor Swift und das immer auf der Ukulele, äh, ja, shake it off, shake it off, ah, ah, die Kids sind halt voll dabei, also die Kids hängen an ihren Lippen, die lieben total die Miss Caroline, die top aussehende, sexy Miss Caroline, die ja einen Verlobungsring trägt, aber den vielleicht auch nur zum Schutz, wer weiß das schon, äh, ja genau, und das war jetzt genau die Reaktion, auf die ich irgendwann gewartet habe, die Erik, genau die, das ist auch so aus 3 in der Film, sehe ich gerade, äh, weil, so, so ging es mir eben auch, also, ich habe mir vom Trailer her extrem viel mehr erwartet, ähm, damit konnte es leider nicht mithalten, und das war sehr, sehr schade, eben weil, durch diesen, ja, Humor, der völlig, äh, ja, teilweise überzogen einfach ist, und, na, gewöhnungsbedürftig auch ist, auch die, die Wandlung der Rolle natürlich so, oh, da denkst du dir, okay, alles klar, ähm, er ist ganz arg vorhersehbar, in ganz arg vielen Bereichen, und, ja, es ist, man kann ihn sich mal anschauen, aber wenn man natürlich, wie ich jetzt unter dem Einfluss von The Dead Don't Die noch stand, als Zombie-Film, weil ich den kurz vorher nochmal, zur Hälfte gesehen habe, da kackt der als Zombie-Film einfach nur ab, ganz einfach. Ich sehe auf dem Poster, Hulu ist eine Hulu-Produktion, oder was eigentlich, also eine eigentliche Fernsehfilmproduktion, die nochmal auf irgendwelchen Festivals lief, kann das sein? hat nämlich in den USA oder insgesamt nur 130.000 Dollar eingespielt, das klingt sehr danach, als hätte das nochmal auf ein paar Festivals irgendwie, oder ein paar, ja, naja, ist ja dann nicht so berauschend, aber ich gebe ihm sechs von zehn Punkten, weil, ja, es ist schon ganz nett, es hat zwei, drei, ja, nette Szenen drin, ähm, aber die Musik ist ganz gut, also abgesehen von Taylor Swift, ich bin kein, kein Swifty, aber die andere Musik ist ganz, ganz witzig, teilweise. Okay, ich habe auch noch einen gesehen, wir hatten ja letzte Woche, ähm, am Rande mal drüber gesprochen, dass so eine der, der Sneak Previews, in denen ich mal ein Date hatte, mit meiner aktuellen Frau jetzt, äh, Aktuelle Frau, finde ich geil, ähm, das war damals der Film Deep Impact, und den hatte ich ja ewig nicht gesehen, und jetzt kam gestern der Hinweis irgendwie beim, beim Durchzappen, dass auf RTL 2 Deep Impact läuft, 2015, und da habe ich mir den mal aufgenommen, und habe den heute Morgen nochmal geguckt gehabt, und, ja, ich hatte den ungefähr so in Erinnerung, wie, wie ich den jetzt hier gesehen hatte, was ich nicht mehr so wusste, waren so die ganzen Personen, die da alle so mitgespielt haben, ähm, also dass Morgan Freeman da den amerikanischen Präsidenten spielt, das wusste ich noch, äh, dann spielt zum Beispiel Thea Leoni noch mit, ähm, die spielt so eine, so eine, so eine News Reporterin, äh, die dann so ein paar Sachen rausfindet, und, ähm, wer war da noch alles mit, natürlich, äh, Elijah Wood, ja, du hast den gesehen, ne, irgendwann mal, oder? Ja, um Gottes Willen. Also, Prämisse ist folgende, ähnlich wie bei Armageddon, ähm, es rast ein Meteor, Asteroid, Meteor, glaube ich, ein Himmelskörper, sagen wir so, rast auf die Erde zu, und, ähm, bei Armageddon war es ja so, die wollen da hochfliegen, und den anbohren, und dann irgendwie eine Bombe, und dann soll alles gut werden, ähm, hier ist es so, hier wird er relativ früh, zeitig schon entdeckt, allerdings der, da geht die, das fand ich eine sehr coole Szene, ähm, da, da gibt es dann so einen Jungen hier, den Elijah Wood, der meldet das hier irgendwie dem, dem, dem Astronomen, und der, also irgendwie so, versucht dann irgendwie, äh, speichert die Daten auf Diskette, und so, und, und telefoniert da rum, und so richtig schöne, so alte Technik, hat man da so gesehen, so retro, würde man sagen, auch so die, das Computerprogramm, und so, und da hat er mit einem Modem hier, baut er Verbindung auf, das war ja damals, top notch, das war ja state of the art, ne, wo du dachtest, wow, what, und, ja, äh, genau, und jetzt, da wirkt das alles so cheesy, und, naja, jedenfalls klappt das ja nicht, er will das ja irgendwie per E-Mail verschicken, und dann geht das nicht, und dann speichert er das auf Diskette, und will dann da hinfahren, und, äh, verunglückt aber auf dem Weg dahin, was dann zur Folge hat, dass dann diese Entdeckung erstmal ein bisschen unentdeckt, oder nicht, nicht weitergereicht wird, und, wir erfahren dann aber später, dann über diese Reporterin, ähm, die wird auf was angesetzt, dass wohl einer der, ich glaube, der Finanzminister oder sowas ist wegen, äh, ist zurückgetreten, und sie vermutet, seinen Rücktritt hat was damit zu tun, dass er eine Affäre hatte, und sie forscht dann ein bisschen weiter nach, und stellt dann fest, ähm, und warum ist der jetzt hier unter The Prepper gegangen, also der Begriff fällt natürlich nicht, aber, ja, zum Boot, und das, äh, beläht er halt mit ganz viel, ganz viel Zeug, und, ja, ähm, dann wird noch, äh, dann wird sie irgendwie vom FBI festgenommen, und zum Präsidenten geführt, und erst mal so, Hups, Herr Präsident, Mr. President, was ist jetzt hier, und, er sagt dann so, sie soll erst mal die Füße stillhalten, und es gibt bald eine Pressemitteilung, und eine Pressekonferenz, und dann darf sie dann auch in der vordersten Reihe sitzen, und Fragen stellen, was für ihre Karriere sehr hilfreich ist, und da wird dann halt verkündet, hey, das Ende der Welt naht, ähm, es rast ein Ding auf uns zu, wir planen aber was, Rettung naht, die Amerikaner haben eine Idee, äh, wir werden auf diesen, äh, da hinfliegen mit einem Raumschiff, aber es sind auch noch andere Nationalitäten mit an Bord, also nicht nur die Amerikaner, und, fliegen da hin, und machen das Ding kaputt, und alles wird gut, und, wenn's klappt, ja, aber, wie es natürlich so ist, es klappt nicht so ganz, und, dann muss noch einiges anderes gemacht werden, Elijah Wood, ähm, hat eine Freundin, gespielt von Lili Zubaisky, die ich, ähm, ja, die, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Radar, dass die das gespielt hat, die hatten wir mal in der Sneak gehabt, später auch noch in dem Film, The Glass House, und, ähm, fand ich da eigentlich sehr cool, in dem Film, und hat auch bei Ice White Chat mitgespielt, und, ähm, ich hab die jetzt länger nicht mehr gesehen, ich muss mal gucken, also die aktuellen Filme, die sie gemacht hat, kennen ja alle nicht so, muss ich vielleicht mal irgendwie noch mal reinschauen, und, ähm, in dem Film, Deep Impact führt's dann halt dazu, dass dann so Listen gemacht werden, ähm, werden dann so Arche Noahs, also unter die Erde gebaut, ähm, wo dann Leute überleben sollen, da werden irgendwie so ein paar Millionen Menschen, kriegen dann einen Anruf, die dürfen da hin, und die Familien halt, und, oh, da gibt's dann eine ganz tolle Szene, da heiratet er seine, seine Freundin, obwohl er die gar nicht so lange kennt, ne, damit sie da mit rein darf, in den, in den Bunker, in den Vault, und, ja, ähm, parallel dann immer noch dieses Ding auf dem, auf dem Raumschiff, und weißt du, wer da mitspielt, auf dem Raumschiff? Ja, oh Gott, nein, einer von denen, ich geb dir mal einen Tipp, es ist jemand aus dem Marvel-Universum, der nicht nur, jetzt kommt der entscheidende Hinweis, der nicht nur als Schauspieler mitgemacht hat, sondern auch als Regisseur, in dem Marvel-Universum. Im Marvel-Universum, als Regisseur auch dabei war? Ja. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Ich geb dir noch einen Tipp, in einem Film, mit Robert Downey Jr. Ah, ah, nein, John Favroden. Genau, er spielt einen, klar, muss er sein. einen von den Astleutern, dachte ich, was, der hat auch mitgespielt. Ach du Scheiße. Dann, dann gibt's noch irrsinnig viele Nebengeschichten, weil irgendwie versucht der Film so, gefühlt alle Familien, die, die wir irgendwie mal in der Kamera haben, nun aufzulösen, was da so geht, und, äh, da gibt's zum Beispiel die, von dieser Reporterin, der ihr Vater, hat sich kürzlich von seiner Frau scheiden lassen, äh, und hat eine Jüngere. Und, ähm, ja, der Vater wird übrigens gespielt von Maximilian Schell, ey, das hab ich auch nicht mehr an Erinnerung gehabt, dass der da mitspielt. Ey, Halleluja, ey, und so schlecht gespielt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, ja, ansonsten noch, ähm, ach, da, viele bekannte Leute, Robert Duvall hat ja auch mitgespielt, mittlerweile, glaub ich, schon verstorben, ne, und, es ist jetzt kein, kein wahnsinnig guter Film, es ist zu viel Tränendrüse, zu irrational, den Anfang fand ich, fand ich eigentlich jetzt ganz cool noch, so mit dem, wie es entdeckt wird und alles, aber, ja, speziell dann, wie, wie damit umgegangen wird, war reichlich lame, und diese ganzen Nebengeschichten, dass er so eine Rolle spielt, dass die eine nun in der ersten Reihe sitzen darf, bei Pressekonferenzen, hey, die Welt geht unter, also, da hätten wir, glaube ich, andere Sorgen, und, ja, ähm, kann man mal gucken, aus, aus nostalgischen Gründen vielleicht, ähm, es gab ja damals sehr viele so Weltuntergangsfilme, es fing ja irgendwie gefühlt mit Independence Day an, nachdem Langeweile nichts war, vorher gab es natürlich diverse, so Erdbebenfilme in L.A. und sonst was, ähm, ja, aber, nee, also, vielleicht 3,5 von 10, also, kann man vielleicht mal, hui, ja, ich habe es mir nur aus, aus nostalgischen Gründen jetzt nochmal angeguckt, weil es auch gerade lief, und, Elijah Wurt, renn deinen Berg hinauf, ja, überraschend, ähm, ich habe Deep Impact damals schon nicht gut gefunden, ich fand den ganz arg schlecht, mhm, ganz, ganz arg schlecht, unglaublich schlecht gealtert, finde ich, weil du denkst an jeder Ecke, so, haha, das war ja damals, ähm, wenn ich jetzt Armageddon gucke, der sieht immer noch cool aus irgendwie, da sind coole Aufnahmen drin und alles, hm, und der Bruce, ja, und auch viel Witz und so, während der hier versucht so eine, ja, so Angst, so ein bisschen, und so ein bisschen Romanze, und, ach, das passt alles nicht so richtig zusammen, hm, also, schnell, schnell weiter, Deep Impact, ähm, ja, und wir kommen dann mal zu den Kino Charts und den Neustarts dieser Woche, vielleicht sah er da was cooles dabei, Kino Charts und Neustarts, so, wir beginnen mal mit den Kino Charts und heute ist das erste Mal, dass wir die offiziellen, exklusiv, die Kino Charts der Stuttgarter Innenstadt Kinos, und wer das nicht kennt, also, es sind die Innenstadt Kinos, gehört eigentlich alles, was so in der Nähe vom Schlossplatz ist an den Kinos, also richtig schön der Innenstadt, wenn ihr da mal zu Besuch seid, einfach mal in die Mitte fahren, da habt ihr viel zum angucken, da ist Schloss und so, Schlosspark, einkaufen kann man da, und jede Menge Kinos, die, ähm, ja, wo jedes auch so ein bisschen eine eigene Richtung hat, in dem einen läuft eher so ein bisschen Arthausigeres und kleinere Sachen, in dem anderen laufen eher die großen Bombast Sachen und geil mit Atmos und geile Sitze hier im Gloria zum Beispiel, oder Metropol, wo wir immer hingehen, da ist die Sneak, zum Beispiel, und auch normales Programm natürlich, EM und Cinema und, ja, im Web unter in-stadt-kinos.de, wir bekommen dafür kein Geld, aber exklusiv die Charts. Ja, dann beginnen wir mal, ich beginne mal mit, Platz 10 ist Ruf der Wildnis. Platz 9, Chaos auf der Feuerwache. Auf Platz 8 ist, uh, Lassi. Auf Platz 7, der Unsichtbare. Platz 6 ist, ist Sonic, der Film. Auf Platz 5 haben wir, 1917. Auf Platz 4 ist, Nightlife. Auf Platz 3, ein Film, den ich immer noch feiere, auch beim zweiten, dritten Mal gucken, Parasite. Ja, unglaublich, was der für einen Schub bekommen hat durch die Oscars, ne, jetzt hier Platz 3 wieder, das hatten wir, glaube ich, vorher nicht so. Platz 2 sind die Kängurukroniken. Da haben eigentlich alle möglichen anderen Kinoketten, habe ich gesehen, die haben ihr Logo geändert und haben da dieses Anarchiezeichen da, als Logo da irgendwo bei Twitter und Facebook gemacht. Innenstadtkinos noch nicht, die springen nicht auf diesen Läppchen-Trend auf hier, also das ist ja, das brauchen wir da nicht. Ne. Was ist denn Platz 1? Die Innenstadtkinos sind nämlich eher Gentleman, deswegen, der Gentleman ist auf Platz 1, zu Recht. Den kannst, wollte ich gerade sagen, den kannst du ja auch, kannst du ja durchaus dahinter stehen. Ja, nicht nur ich. Läuft doch irgendwie hier unter der Woche jetzt, dreimal am Tag sehe ich hier. Ja, also auch für den Erik unbedingt mal. Ja, mal sehen, mal sehen, also ja, das wäre vielleicht auch was. Ich wollte eigentlich ja in The Gentleman gehen, aber dann lief der da nicht, wo ich war, dann musste ich Irpmann gucken. Ja, da war wohl jemand nicht in den Innenstadtkinos. Das stimmt leider, ich bin fremd gegangen, aber die Innenstadtkinos ist halt, von hier aus gesehen, gibt es halt ein paar, die näher sind und ja, wenn man spontan gehen will, ist egal. Vielleicht sind die näher, aber nicht besser. Genau, genug Ausreden, gucken wir mal weiter in die neuen Trailer. Ich habe einen Trailer bei uns in der WhatsApp-Gruppe gedroppt gehabt, der nennt sich Connected und ist von Sony Pictures Animation. Das heißt, wir sehen halt hauptsächlich so ein bisschen übertriebene Charaktere. Es ist halt nicht so wie bei Pixar oder so, wo die doch schon relativ nah an echten Personen sind, wenn es sich da um Menschen handelt, sondern hier sehen wir halt irgendwie ein junges Mädchen, eine Heranwachsende, die irgendwie demnächst aufs College gehen will und da irgendwie so ein bisschen froh ist, dass sie auch zu Hause rauskommt, weil irgendwie die Eltern sind natürlich, die werden dann irgendwann ein bisschen peinlich und ja, der Vater sagt dann eines Tages so, ja, übrigens, ich habe hier dein Flugticket zu deinem College gecancelt, weil wir machen einen Roadtrip, alle zusammen, die ganze Familie, wir bringen dich da hin auf dein College. Und auf dem Weg dahin passieren aber echt irrwitzige Sachen, dass da irgendwelche Roboter landen auf der Erde. Die Roboter übernehmen die Menschheit oder die Welt oder irgendwie sowas. Irgend sowas, ja. Und die beiden sind da irgendwie gerade so mitten im Nirgendwo und ich fand das irgendwie reichlich abgefahren, aber auch lustig. Also allein schon der Trailer und ich verlinke den mal mit. Ist natürlich wie immer bei Sony Pictures so ein bisschen sehr übertrieben, aber ja, vielleicht, es könnte richtig gut werden, könnte auch ganz großer Scheiß werden. Also ich hoffe aber mal auf ersteres. Ja, man weiß es nicht, man wird es sehen. Also landet mit in den Shownotes und dann könnt ihr euch mal ein eigenes Bild davon verschaffen. So, Chris, was hast du mitgebracht für einen? Ich habe Greyhound mitgebracht als der neue Tom-Hanks-Film. Geht's auch um Busse? Fast, nee, da geht's um Schiffe. Da geht's um den Zweiten Weltkrieg und wohl, was kommt ganz so mal irgendwie basierend auf wahren Ereignissen oder irgendwie sowas, wie halt eine Schiffsflotte der USA auf hoher See mit Nazis aneinander gerät. Kann man, glaube ich, so sagen. Und ja, es sind ziemlich pompöse Bilder schon im Trailer zu sehen, was das angeht, mit den Schiffen und wir erfahren auch relativ viel schon, dass es die erste größere Überfahrt von Tom-Hanks ist in dem Fall. Also ich bin gespannt. Es sah aus wie so ein zweieinhalb Stunden Kriegs-Epos ein bisschen auf hoher See. Ich hoffe nicht, dass der dann auch so lang dauert und so eine unsägliche USA-Wissen-so-geile-Sache wird. Mhm. Ja, Trailer sieht sehr gut aus, finde ich. Also da, ich glaube, der kann was. Wir werden sehen. Apropos sehen. Kommt, hier steht jetzt noch Releases Mai, 21. Mai. Also von wegen hier Weihnachten. Ich nehme alles zurück. Nicht mehr lange hin. Ja. Apropos sehen, du hast gerade schon ein Dokument geschrieben, wir haben, ich habe vergessen, hier noch die Neustart zu machen. Ach. Stimmt, ja. Die Neustart der Woche ab dem 12. März ist das. Da kommt ein Film namens Narziss und Goldmund ins Kino. Der wird auch schon ziemlich beworben. Da wird irgendwie jemand ins Kloster geschickt und er trifft dort einen anderen Kloster-Schüler und die, ja, daraus entwickelt sich dann so eine innige Freundschaft oder so. Ja, Oscar-Preisträger Stefan Rutzowiczki verfilmt die romantische Erzählung von Hermann Hesse über die Freundschaft zwischen einem Künstler und einem Mönch. Aha. Mit Jannis Niewöhner, Sabin Tambrea, André Hennicke und weiteren. Hermann Hesse, Narziss und Gold. Okay. Kennst du das? Das zugrunde Liegende? Nee, ich wollte nur ein bisschen angeben, weil ich habe gelesen, worum es geht. Ach so, okay. Ah, das nächste, das haben wir ja schon gesehen. Der Spion von nebenan. Action-Comedy mit Herz und Familie, in der Dave Bautista eine Neunjährige in den Weißen der Spionage unterrichtet. Eigentlich hätten wir es, wann war es letzte Woche, genau so beschreiben sollen. Hätte schon völlig gereicht. Lustiger Action-Film. Ja, wir haben es ja noch ein bisschen mehr. Da ist ja ein bisschen mehr drin noch in dem Film. Also den kann man durchaus mal angucken. Die perfekte Kandidatin läuft noch an. Ein engagiertes Drama über eine junge saudische Ärztin, die sich als Kandidatin für den Stadtrat aufstellen lässt. Den hat ja schon irgendjemand mal an das Sneak Preview, da habe ich irgendwo eine Sendung gehört. Ja, die will da irgendeine Konferenz besuchen, aber weil sie am Flughafen, es ist irgendwie so, dass die Frauen brauchen da eine Erlaubnis von ihren Männern, irgend sowas, wenn sie irgendwo reisen wollen. Und es gibt wohl ein Schlupfloch, dass wenn sie sich irgendwo zur Wahl aufstellen lässt, dann braucht sie das nicht. Und da lässt sie sich halt zur Wahl aufstellen für irgendeinen Bürgermeisterposten und muss dann natürlich auch die, ja, dann den Wahlkampf mitmachen und alles. Und ich glaube, sie gewinnt dann auch aus Versehen oder so. Ich weiß nicht. Ja, Spoiler, vielen Dank. Ja, ja, wird bei uns eben kommen. Dann gibt es noch einen Kinder- und Familienfilm mit Zu weit weg, aber Freunde für immer. Kinderfilm um zwei Jungen, die ihre Heimat verloren haben und sich anfreunden. Da geht es darum, der eine hat glaubt, irgendwie muss zu Hause raus oder muss weg irgendwie umziehen und der andere ist ein Flüchtling und die freunden sich dann an. Die sind zuerst so, äh, also zumindest der eine Junge. Aber das soll ganz cool sein. Der hat auch ein paar Auszeichnungen schon einkassiert. Okay, Lady Business kommt auch noch. Die Freundin Mia und Mel stehen mit ihrer Kosmetikfirma kurz vor dem Bankrott und ihre Retterin spielt ein falsches Spiel. Können sie das Blatt noch wenden? Von dem Film habe ich tatsächlich schon ein bisschen was gehört, weil ich bin ja erklärter Fan von Selma Hayek und die spielt da mit. Die spielt nämlich diese Retterin. Also die spielt so eine, ja, irgend so eine, die schon so ein Kosmetikimperium aufgebaut hat und die zwei, Mia und Mel, gespielt von Tiffany Haddish und Rose Byrne, ähm, die haben halt so ein kleines Kosmetikding aufgebaut und haben sich aber völlig überschuldet, haben ihre Kreditkarten überzogen und, ähm, haben jetzt irgendwie überhaupt kein Geld mehr, leben nur so von der Hand in den Mund und dann kommt halt Selma Hayek und macht denen da ein unmoralisches Angebot für die Übernahme und die eine von beiden, die will verkaufen und die andere will nicht verkaufen und dann wird das so ein Bitchfight zwischen den Zweien. Also Selma Hayek hat da leider nicht so viel, äh, Screentime und der Film an sich soll auch sehr scheiße sein. Deswegen hab ich da für mich schon trotz Selma Hayek gesagt, ach nee, den lass ich mal aus. Nee, den lass mal aus. Guck ich vielleicht mal aufs Geidern oder so. Genau. Äh, super. Ich hab jetzt viermal nachgelesen, wie es wirklich heißt, weil ich hab beim ersten Mal Mistgabel gelesen. Oh, Mistgabel, aber es heißt Mystakt Bell Damat. Da läuft er nicht in den Stadtkinos, oder? Ist doch wurscht. Ach so. Um Selma, um Selma heiraten zu können, Entschuldigung, ich weiß nicht. Um Selma heiraten zu können und die Erlaubnis ihrer Eltern einzuholen, reißt die Verlobte Hassan nach Zypern und stellt das ruhige Inselleben auf den Kopf. Haha. Mistgabel Tamat. Okay. Es läuft auch noch an Alle in einem Boot. Ein deutscher Film von Tobias Stille. Da geht's darum, dass sich am Anfang des Zweiten Weltkriegs versuchen etliche Juden aus Deutschland zu flüchten und sind da auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Weg nach Kuba. Aber dort werden sie nicht ins Land gelassen. Und wie das dann so weitergeht, diese Odyssee, die sie dann haben. Ja, kann man vielleicht einige Parallelen zu der heutigen Zeit ziehen hier. Vielleicht, ja. Hotel Belgrad läuft auch noch an. Darüber haben wir ja vorher schon mal Ah, ja, das war unser Tipp, ja. Genau. Und Restguthaben? Müssen wir damit Restguthaben? Läuft der an? Nee, der läuft nicht an. Der steht hier nicht drin. Okay. Nee. Made er ja auch nicht. Komisch. Steht aber ja alles bei Kino.de, aber das läuft gar nicht an. Na gut, das waren die Kinotipps oder die Kino-Neustart der Woche. Mal gucken, was so im Heimkino neu kommt. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei. Hast du Hoffnung? Bestimmt. Also letzte Woche war da auch was dabei. Da, schauen wir mal. Erstmal hier, nächste Woche, nächste Woche. Das ist dann der 9. 9. März. Scary Stories to Tell in the Dark. Das war, glaube ich, der lief im Kino so im Halloween rum und spielt so in Amerika 1968 und in der Kleinstadt Mill Valley feiert man die Geschichte der Nächte des Gruselns und da sind, glaube ich, so irgendwelche Episoden, die dann erzählt werden. Okay. Ich hätte Teen Spirit hier im Angebot, Musikdrama. Teen Spirit erzählt von Violet L. Fanning, einer schüchternden jungen Frau, die auf der Eisel auf Weit Witt legt Weit Witt Witt lebt und von Karriere als Popstar träumt. Ja. Okay. Das Wunder von Marseille gibt es auch noch neu. Da geht es um den 8-jährigen Farim. Der muss Hals über Kopf mit seinem Vater Noura von Bangladesch nach Paris fliehen und dort beginnt für die beiden ein Spießrutenlauf. Wo sollen sie eine Unterkunft finden und der Vater einen Job herbekommen? Aber dank eines seines außergewöhnlichen Schachtalentes findet Fahim in dem Schachtrainer Sylvain, gespielt von Gérard Departieu, ein Förderer und Wahnfreund. Aber kurz vor den Meisterschaften droht dem Vater die Ausweisung. Fahim bleibt nur eine Wahl. Er muss französischer Champion werden, damit ihre Flucht nicht umsonst war. Okay, ich denke, die Doku von Die Planeten überspringen wir. Höchstens mal als Empfehlung für die Steff. Ja, kommt eine Doku Die Planeten. Dann nehmen wir noch Midway für die Freiheit. Pazifik, 4. bis 7. Juni 1942. Demokratie und Freiheit stehen auf dem Spiel, als es nach dem Angriff auf Pearl Harbor bei den abgelegenen Midway-Inseln zu einem entscheidenden Aufeinandertreffen kommt, bei dem die zahlenmäßig geschweckte US-amerikanische Marine und Luftwaffe der Allenbiedrigkeiten trotzt. Es ist immer noch ein Satz. Trotzt, um sich einem in jeder Hinsicht überlegene Gegner zu stellen. Punkt. Ich habe früher auch in Aufsätzen solche Sätze gemacht. Von Roland Emmerich. Mit Mut, außergewöhnlicher Entschlossenheit und historisch beispielloser Gefäßkunst konfrontieren sich die kaiserliche japanische Marine in einem atemberaubten Luft- und Sehschlaft, den den entscheidenden Wendepunkt des Pazifikkrieges einleiten soll. Das ist so, hey, schreib mal zwei Sätze zu dem Film. Oh mein. Also mit, also die Darstellerie geht es ja relativ illustrer. Mit Ed Skryan, der hatte glaube ich in diesem beschissenen Transporter Neuauflage gespielt. Patrick Wilson ist dabei, der ist ja ganz cool. Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Dennis Quaid, Aaron Eckert. Ja, also die Darstellerie ist an sich ganz cool, aber der Film soll glaube ich nichts können. also der, aber trotzdem Roland Emmerich, das schwäbische Spielböckle, ja, vielleicht kann man einen Blick riskieren, vielleicht kriegt man irgendwie ein Rezensionsexemplar, wo man reingucken können. Midway, ansonsten ist das Thema glaube ich ziemlich ausgelutscht, Battle of Midway. Naja, das waren auf jeden Fall die Empfehlungen für die Neustarts der Woche, da haben wir glaube ich jetzt alle, nichts zu vergessen. Ich hoffe doch. Gucken wir mal in die Serien. Serien. Jetzt können wir endlich mal über eine Serie sprechen, oder? Meinst du es Mythic Quest Ravens Bankhead? Ja, ich habe es jetzt mittlerweile schon so oft irgendwo erzählt, auch auf der Arbeit und irgendwie Leuten, die gerne Serien gucken und dann auch bei Fortsetzung folgt und so weiter. Mythic Quest Ravens Bankhead. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich alles schon erzählt habe und was noch nicht und wem und was. Auf jeden Fall war das eine coole Empfehlung von dir. Läuft auf Apple TV Plus. Wer jetzt sagt, oh, noch ein Streaming Service, ich habe doch schon Join. Ja, also für Qualität kann man halt doch mal ein bisschen was bezahlen und wer zufällig im letzten halben Jahr war es glaube ich ein neues Apple Gerät gekauft hat, sei es nun ein iPad oder ein neues iPhone und sich die Apple TV Plus App auf diesem Gerät installiert und mit dem Apple Account verbindet, der kriegt glaube ich ein Jahr kostenlos. Deswegen habe ich das auch noch. Also wenn ihr vielleicht vorhabt, euch demnächst ein neues Handy zu holen, dann wartet vielleicht noch, bevor euch das holt, den Apple TV Plus. Ansonsten gibt es da auch so Tests, wo man mal so einen Monat oder so oder auch so ein paar Tage, war doch irgendwas kostenlos. Ja, eine Woche glaube ich. Würde ja reichen, um das mal durchzubingen, die Serie. Da kann man gleich mal noch gucken, was es da sonst noch so gibt, denn die Qualität von den Apple Produktionen finde ich echt gut. Worum geht es jetzt in Mythic Quest Ravens Bankett? Da geht es um das Computerspiel, um das MMG, Massive Multiplayer Online Game. M-O-R-P-G. Ja, genau, M-O-R-P-G. Ja, die ganzen Abkürzungen und so. Um dieses Spiel Mythic Quest geht es eben mit der Erweiterung Ravens Bankett, die größte Erweiterung, die es je für Mythic Quest das Nummer 1 Spiel überhaupt gab. Und ja, diese kleine Spiele-Klitsche, wo er halt das eben entworfen hat, oder inzwischen nicht mehr so kleine Spiele-Klitsche, arbeitet eben kontinuierlich dran weiter, dieses Produkt zu verkaufen. Und es gibt ganz arg viele verschiedene Charaktere in diesem Universum einfach, die für verschiedene Sachen auch zuständig sind. Also Poppy als Chefentwicklerin, Ian als der Oberboss von dem Ganzen. Gespielt von Rob McEllany, den man kennt, aus It's Always Sunny in Philadelphia zum Beispiel. Und der hat auch natürlich das Ganze mitproduziert, zusammen mit Charlie Day, der ja auch bei It's Always Sunny in Philadelphia mitproduziert und auch beide spielen ja dort Hauptrollen bei Sunny. Ja, dann von Community ist dabei hier Danny Pudi. Der von, der Abed von Troy and Abed in the Morning. Als Brad, der da für die Merchandise und alles oder halt für die ganzen Finanzen zuständig ist, nicht Merchandise, sondern für die ganzen Finanzen zuständig ist, ist gestern wieder ein Zitat um die Ohren geflogen mit, ich habe gerade für 100.000 Dollar ein digitales Item verkauft. Ihr braucht mich hier nicht mehr. Was tue ich hier eigentlich? Ja, das ist so herrlich. Es gibt da noch Puti Shoe, den Spiele-Tester oder den Jungen mit seinem YouTube-Kanal, der ganz arg viel Einfluss natürlich hat, so ein riesen Influencer. Es gibt den Geschäftsführer David Horn, David, der es gibt ganz verschiedene Charaktere und natürlich C.W. Longbottom, der Storyteller. Storyteller, genau, braucht eine Backstory. Er hat zu allem selbst zu einer Schaufel eine Backstory entwickelt. Und ja, in der ersten Folge geht es halt wirklich darum, dass ein neues Item auch noch mit reinkommen soll, dass Poppy ein neues Item darstellt und zwar die Schaufel. Da geht es schon los, was kann man mit der Schaufel machen? Nicht nur als Waffe, genau, sondern auch graben. Eben, es ist es ja erstmal gar nicht als Waffe. Ne, wir müssen sie als Waffe auch einsetzen können, sonst brauchen wir es ja nicht. Da geht nämlich schon die erste Diskussion los, warum man eine Schaufel als Waffe braucht und warum man sie überhaupt braucht. Und dann ist natürlich das, wenn man in einem Videospiel, in einem Computerspiel was graben kann und da die Landschaft verändern kann, was gräbt man natürlich irgendwann als erstes dann auch? Ja, die machen natürlich Penise, ne? Ja, natürlich. Später dann noch andere Sachen, aber dazu später mehr. Ja, das geht halt wirklich um diese kleinen Probleme, die solche Spieleerweiterungen mit sich bringen und die kleinen Grabenkämpfe, wo es dann immer wieder gibt, wo dann auch deutlich wird, dass doch jeder so seine Berechtigung hat eigentlich in dem Team und das ist mit so viel Humor gemacht und so schön und dann auch immer wieder umgesetzt in dem Spiel direkt. Ich habe das sehr gefeiert, weil einfach die Charaktere auch so abgefahren sind. Also ich sage ja, wer braucht eine Background-Story zu einer Schaufel? Ja, aber gibt es also. Das Ganze wurde ja auch, wird ja teilweise mit von Ubisoft unterstützt. Also deswegen sieht man dann auch so In-Game-Sequenzen, die natürlich auch ein bisschen Hand und Fuß haben und teilweise auch aus Ubisoft-Spielen stammen. Also wenn da so Übergangssequenzen sind, da erkennt man durchaus ein paar Ubisoft-Games wieder. Ja, das ist so ein bisschen krass, weil da ist gestern Abend auch noch mit Fabi drüber, weil es dann tatsächlich auch, also die müssen ja hier Sachen dann auch gemacht haben für das Spiel, extra programmiert haben. Deswegen sieht es schon gut aus. Also es ist vielleicht nicht für jedermann die Serie oder für jede Frau, sondern man muss schon ja ein gewisses Verständnis, was so Computerspiele, wie das so funktioniert bei den Programmierern, also wie so Spiele aufgelegt werden, wie sowas gemacht wird, Community-Management und sowas, solche Sachen. Und wenn man da ein bisschen weiß so ungefähr, wie das funktioniert, dann kann man sich hier wirklich so kaputt lachen, weil die stoßen natürlich auf diese üblichen Probleme, die so mit Communities, die irgendein Spiel abfeiern sind und die Kommentare, die dann kommen und was dann alles so für Mechaniken dann so passieren und so, also das ist total verrückt. Oh ja. Es gibt eine Folge, die möchte ich mal besonders hervorheben. Das ist fast so ein bisschen so ähnlich wie bei den Waves-Filmen, den ich vorgestellt habe heute. Das ist nämlich hier die Folge eins, zwei, drei, vier, fünf, Dark, Quiet, Death. Die ist so ein bisschen aus dem Zusammenhang heraus von der ganzen Serie. Ist eigentlich eher so ein Minifilm. Hier geht es darum, dass sich zwei Personen treffen, gespielt von Christine Miliotti und Joffrey Owens. Und die, ach nee, Entschuldigung, nicht Joffrey Owens, das ist jemand anders gewesen. Wie heißt er? Der Typ hier, den kennt man auch. Ach, verdammt. Jetzt finde ich den hier nicht in der Liste. auf die Schnelle. Auf jeden Fall, die zwei treffen sich in so einem Computerspiel-Laden und lernen sich kennen und haben beide so eine Idee für ein Computerspiel und wollen das dann entwickeln. Das hat jetzt mit der Hauptstory eigentlich nur am Rande was zu tun. Wir erfahren dann aber so ein bisschen, wo der Schnittpunkt ist. Aber das ist ein echt toller Film. Also wie so eine wie so ein eigener, kleiner, Mini-Kurzfilm gemacht. Und da hat auch Rob McElhenney selber Regie geführt bei dieser Folge. Ja. Computerstopp. Ich weiß noch, wie sie heißen. Das war Beans und Dingsen. Ja. Also Christine Migliotti und, ach scheiß, wie hieß der andere? Weil den kennen wir eigentlich auch, weil ich bin ja in der IMDB in der Folge drin, aber da finde ich es nicht, finde ich es gerade nicht. Schade. Ist doch irgendwo stehen hier in der Folge. Eigentlich schon, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil es halt wirklich mal komplett was anderes ist. So eine Origin-Story noch einfach mitten rein. Und das war schon cool. Also insgesamt hat mir auch gut gefallen. Absolut empfehlenswert. Die Serie auch so, macht sich so ein bisschen auf eine charmante Art und Weise da auch so ein bisschen über diverse Leute lustig. Gerade so, die Frau vom Community-Management, die sitzt halt wirklich so im absoluten Basement, da ganz, ganz unten. Das heißt, wenn man da mit Aufzug runterfährt, kriegt man sogar Druck auf die Ohren, weil das so tief unten ist. Oh Menschen. Und dann, oh ja, schön, dass ihr uns auf Besuch hier. Aber irgendwie keiner, die ist zwar eine ganz nette, aber irgendwie dadurch, dass sie dann nur so im Keller gehalten wird. Ja, und ach, wenn sie irgendwelche Sachen da entwickeln und so. Also wer ein bisschen Affinität hat, vielleicht, ich denke mal unsere Hörer, wir reden ja öfters mal auch ein bisschen über Games oder so. Ich denke mal, wer uns hört, der hat vielleicht auch so ein bisschen Affinität auch zu Computerspielen. Der sollte da mal reingucken bei Mythic Quest, Raven's Banquet. Und es ist auch schon eine zweite Staffel angekündigt, die dann bald kommen wird. Übrigens die Assistentin von ihm, vom Chefentwickler, die hat ja auch immer so total krasse Meinungen. Nein, sie ist nicht von Ayan, sie wäre gerne die bei Ayan, aber sie ist es nicht. Aber sie hängt doch immer irgendwie bei ihm rum. Also eigentlich ist sie ja nicht seine Assistentin, sagt ja immer der andere, hier, du bist meine Assistentin eigentlich, aber irgendwie ist sie ja nur für den anderen da. Aber wo der, der eine wird, der ist auch von It's Always Sunny in Philadelphia, da hat er auch immer mal mitgespielt. Ja, kann ich empfehlen. Mythic Quest war ein guter Tipp von dir. Und wer Siehst du mal, ne? Ja, Blood Ocean. Ja, Dinner Party. Dinner Party. Dinner Party, das war auch cool. Ah ja, und dann gibt es auch noch zwei, die so immer die Spiele testen sollen, in-house. Und ja, gibt es dann auch mal so mit Streaming so Versuche. Sonst was alles. Ja, apropos, wir streamen ja auch manchmal, kann man ja mal erwähnen hier. Also wer Du. Naja, Du und Du bist dann ja mit dabei, ne? Also wenn, wenn wir da, ähm, wer uns da folgen möchte. Ich werde, glaube ich, mal den Link mit die Shownotes reinposten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Äh, ich glaube, ja, genau. Auf Twitch, Twitch, ähm, ich muss mich, hab mich jetzt mal umbenannt. Also mein Gamer-Name ist ja eigentlich FiberX und jetzt heiße ich auf Twitch heiße ich FiberXX, weil es den mit, mit einem X gab es den schon mal. Vielleicht ist es sogar ein alter Account von mir, aber den konnte ich nicht reaktivieren. Triple X eigentlich. Eigentlich Triple X, ja. Also Fiber mit P-H, äh, Y. Ich werde es mal mit. Es gibt auch Triple X-Filmchen da zu sehen. Genau. Ich werde es mal mit verlinken. Er kann uns mal zugucken beim, beim Fallout 76 spielen oder was sonst noch so. Ich habe heute, achso, jetzt sind wir schon wieder im Bereich Games. Sind wir bei Serien durch hier. Ja. Ja. Dann starte ich mal kurz Games. Du hast ja auch was drin. Games. Ich habe nämlich, habe nämlich mal wieder, ich bin ja erklärter Fan von Raft, von dem Game, wo man am Anfang anfängt auf so einem kleinen Floß und muss dann so sich jede Menge Zeug erst mal sammeln, Müll, was dadurch das Meer treibt und dann immer mehr bauen und bauen und bauen. Da gibt es ja jetzt eine neue Season, also überhaupt erst mal die erste Season haben sie erst mal gestartet. Vorher war das ja so eine Beta-Phase und ich spiele jetzt gerade tatsächlich diese erste Season. Also ich bin da ein bisschen spät dran. Also irgendwie gefühlt haben es alle, die ich kenne, die Raft gespielt haben, schon durch. Und da ist es dann so, dass man auf bestimmte Inseln kommen muss und also Puzzleteile finden muss und neue Sachen bauen muss und also ein bisschen mehr Story-Linie drin und da habe ich jetzt gerade angefangen. Ich finde es immer noch sehr toll. Raft kann man echt empfehlen. Kann man auch schön zusammenspielen. Also wo man dann wirklich so auch über die Ferne quasi sich da einloggt bei jemandem. Dann kann man da zu zweit auf dem Floß spielen und so. Das macht echt Laune. So, was hast du denn mitgebracht? Hat das was mit Half-Life zu tun? Ist das ein Mod oder ein DLC oder? So, ich habe Black Mesa mitgebracht, das es seit dieser Woche gibt. Und ja, du hast es gerade schon richtig erkannt. Black Mesa ist Fan-Remake des Ego-Shooters Half-Life. Und das war ja anfangs... Was? Eins oder? Eins, ja, eins. Und das wurde ja schon mal so ein bisschen veröffentlicht, glaube ich 2012 oder sowas. Und die haben da jetzt kontinuierlich weitergearbeitet und das wirklich weiter wohl grafisch aufgemotzt und wirklich verbessert. Und seit dieser Woche gibt es jetzt eben... Oder seit ein paar Tagen gibt es Black Mesa als Neuauflage des ersten Half-Life-Titels. Auf Steam ist das Ganze erschienen. Ich habe es mir heute erst runtergeladen. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber es soll wirklich... Also es sieht richtig, richtig geil aus. Und wer Half-Life gespielt hat, das ist ja jetzt nicht unbedingt hier, was, wo ich sage, ja, für die jüngere Generation, sollte man das vielleicht erwähnen, was Half-Life ist. Oder? Also es gibt diesen Running Gag mit Half-Life 3. Das ist irgendwann vielleicht mal gekommen. Ich hoffe, ich hoffe es doch. Es wird bestimmt irgendwann kommen. Denke ich doch. Keine Ahnung, aber Half-Life ist auf jeden Fall 1998 erschienen. Ja. Und davon wurden laut Wikipedia weltweit im Einzelhandel 9,3 Millionen Exemplare verkauft. Du, ich habe damals noch im Games-Laden gearbeitet. Das war der Hammer. Es war aber so, als das neu rauskam, ist es überhaupt nicht gut gegangen. Wir hatten da ein paar davon da. Und ich habe das auch... Es waren damals in den Spielezeitschriften, die ja damals so ziemlich die Informationsquelle Nummer 1 waren, waren immer nur so scheiß Screenshots abgelichtet, wo du irgendwie den mit dieser Crowbar immer gesehen hast. Und das sah einfach scheiße aus. Weil bei den anderen Spielen, bei Doom, Wolfenstein, Heretic und was es damals alles so gab und Unreal und so, da hast du halt irgendwie geile Waffen gesehen. Und hier hast du immer diese scheiß Crowbar gesehen. Was ist das für ein Spiel? Was soll das sein? Und ich habe mir das dann... Dann hieß es... Jetzt gibt es... Wir konnten da eine kleine Menge bestellen in der ungeschnittenen 18er-Fassung damals. Also es gab für den deutschen Markt ja irgendwie so eine mit Robotern und so irgendwie. Und dann hieß es kurz nach Erscheinung, ja, wir können auch die 18er. Und da dachte ich, oh, 18er, das interessiert mich jetzt aber doch. Mal gucken, was das ist. Also wenn das 18er... Dann habe ich mir die bestellt. Und dann fing das natürlich an hier mit dieser Crowbar, mit dieser Geschichte, wo du dann so in diesem Institut da mit dieser Bahn fährst. Und da dachte ich, oh, ist ja cool. Damals irgendwie eine Voodoo-Grafikkarte oder irgendwas ich da hatte oder eine GeForce irgendwas. Ja, und dann halt mit den Personen und so. Und dann habe ich halt auch, weil ich ja da in dem Games-Bereich... Dann konnte ich das natürlich auch viel besser rüberbringen, weil ich damit voll begeistert war. Habe das vielen empfohlen, die dann auch gesagt haben, boah, voll geil. Und dann konntest du wirklich beobachten, in diesem Ort, wo ich da gearbeitet habe, wie dann so die Verkaufszahlen merklich angezogen sind. Natürlich wollten alle die 18er-Fassung haben, mussten sie dann irgendwie ein Schreiben von ihren Eltern mitbringen oder sowas. oder die Eltern selbst und so. Die normale Version mit den Roboter wollte eigentlich fast kaum jemand. Da gab es dann immer so billigere Versionen. Dann wurde die auch mal gekauft. Aber sonst... Ja, das ging dann schon gut ab. Also die ersten Wochen nach Release lief es gar nicht. Wann hast du es dir geholt? Ich hatte es damals, ja. Gleich zum Release, oder? Nee, ich glaube, ich hatte es auch ganz nicht legal. Ah, okay. Glaube ich. Aber du bringst mich hier in Situationen, das ist ja unfassbar. Ging das überhaupt? Da frage ich mich, weil das war doch das erste Spiel, was damals über Steam... Du musstest dir bei dem Spiel ja das Steam mit runterladen und dann irgendwie so authentifizieren oder sowas. Ja, aber ging wahrscheinlich alles irgendwie. Weil da hatten einige auch ein bisschen ein Problem gehabt. Also du musstest dir Steam dafür runterladen und damals so mit Internet und so. Also nicht das ganze Spiel, wie es heute ist. Heute kaufst du ja nur noch eine fast leere Disc, wo nur irgendwie eine kurze Datei... Ich habe gehört, dass sowas geht, ja. Ja. Ich habe keine Ahnung sonst, aber ansonsten... Habe ich gehört, dass es sowas gab, ja. Du hattest... Ich habe, glaube ich, sogar noch irgendwo diese orangene Box hier bei mir. Die von dem Ur-Half-Life. Erzähl mal weiter. Völlig egal. Ich habe mir jetzt für 18 Euro Black Mesa rausgelassen und bin gespannt, was es kann. Also ob es wirklich diesen für mich ersehenden Sprung schafft, von damals auch wieder einfach die Atmosphäre auch hochkommen zu lassen. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal anzocken und dann sehen wir weiter. Hat das das Black Mesa. Es ist wirklich 1 zu 1, Half-Life 1 mit neuen Texturen oder was? Oder was ist das? Oder ist das irgendwie anders? Ne, es sind auch die... Die Levels sind alle gleichwohl. Also es ist nur halt grafisch komplett überarbeitet und ein paar Sachen auch verbessert. Also wenn ich es richtig noch im Kopf habe, kann man jetzt zum Beispiel Handgranaten nicht nur werfen, sondern auch rollen. Okay. Ja, gut. Ich hatte das alte... Das Half-Life 1 hatte ich auch dadurch das bei Steam. Wenn du es gekauft hast, ist es ja für ewig da drin, ne? Kannst du ja immer mal installieren und spielen. Das ist echt cool. Und da hatte ich auch mal installiert. Und da ist mir erst mal aufgefallen, wie scheiße das war, weil du hast... Ja, damals war die Steuerung, also nicht W-A-S-D links, sondern über die Cursor-Tasten. Und du konntest das nicht ändern irgendwie. Was quasi über die Cursor-Tasten und dann irgendwie war ich ganz seltsam. Nee, aber wie gesagt, es wird wohl auch noch weiterentwickelt werden. Also die machen tatsächlich munter weiter, auch mit Updates, auch dass man eigene Karten oder so erstellen kann und dann auch in den Steam-Workshop reinstellen kann. Also da bin ich schon gespannt. Deswegen mal gucken. Also ich hatte... Da gibt es ja diese Mod-Seite für Half-Life. Ich hatte, glaube ich, die Black-Mesa-Mod hatte ich schon mal drauf vor einigen Jahren. Irgendwas war da. Hatte ich, glaube ich, schon mal reingeschrieben. Es gibt auf jeden Fall auch einen offiziellen Trailer jetzt, falls der interessiert. Den kann man ja auch mal verlinken. Gut. Okay. Dann haben wir ja eine Games-Rubrik. Ansonsten, ja, Gamescom bin ich ja mal gespannt, ob es dann, ob die stattfindet oder ob jetzt durch diese Corona-Alpidemie, wo ihr da, ob da jetzt alle Angst haben. Es gibt zumindest leider noch keine Karten zu kaufen. Keine Fachbesucher-Tickets oder irgendwas. Aber in den letzten Jahren gab es die nämlich jetzt schon. Da hat man jetzt schon alles unter Dach und Fach. Mal schauen, was da dann so gezeigt wird. So, dann gucken wir mal in den Musikbereich und in das Sonstige. Was hast du für heute für eine Musik-Empfehlung? Eigentlich haben wir ja einen mehr, aber wir können ja Katie und Slott eigentlich auch noch nutzen. Naja, das passt schon. Ich habe aus Little Monsters aus dem Film einen Titel genommen, den ich einfach süß fand. Das ist eigentlich mehr ein Kinderlied. Gesungen von Liz Beeb. Beeb oder Beeb, keine Ahnung, wie der Nachname ausgesprochen wird. Das ist, I don't want to live on the moon. Aha. Ja, ist auch ein bisschen karg da oben. Ja, aber es ist ganz süß. Es geht da so ein bisschen darum, ja, wenn ich da oben auf dem Mond leben würde, dann habe ich ja eigentlich nichts. Ja, ist doch auch doof. So ein bisschen. Ist zur Playlist hinzugefügt. Die Playlist übrigens, liebe Hörer, findet ihr auf Spotify unter Kinocast Songs. Und dann bekommt ihr jede Woche bei der Aufnahme zwei oder drei brandneue Songs mit dazu empfohlen. Ich habe von der Fat Princess Band schöne Grüße an den Philipp nach Berlin. Grüße. Ja, da habe ich den Song Optimist. Ich habe sonst immer von Fat Princess Band und beim Joggen hatte ich so Helden zum Beispiel mit drin oder Mittelfinger oder sowas. Und jetzt kam das mal irgendwie in meiner Playlist rein. Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil das fängt sehr ruhig an. Und das habe ich beim Joggen meistens weiter geskippt. Und jetzt habe ich das einfach mal laufen lassen. Und das ist ja richtig, richtig, richtig gut, auch so vom Text her. Also liebe Hörer, hört da mal rein. Fat Princess Band mit Optimist. Und ist auf der Playlist drauf. Kinocast Songs. Jawohl, ja. Bei den sonstigen Themen. Eine Erwähnung noch bei... Wir hatten ja letztens auch über Jane Silent Bob Reboot und die Clerks-Teile und so weiter, alles Mögliche gesprochen. Der Felix von den Leinwandperlen hat sich des Themas nämlich auch mal angenommen gehabt und hat zum ersten Mal in seinem Leben Clerks geschaut. Ja, der kannte den noch nicht. Ja, das ist... Wenn man ein paar Jahre später geboren ist und du bist da nicht in dem Schwung mit drin gewesen, dann, ja. Und an so einem Schwarz-Weiß-Film traut man sich vielleicht nicht so leicht ran. Ja, und hat in seiner... In der letzten Folge von den Leinwandperlen drüber berichtet und kann ich euch empfehlen. Die hatten auch den Aniara, diesen Film, diesen Weltraumfilm, als Rezensionsdisc gehabt, den ich auch empfohlen habe. Diesen schwedischen, wo die dann auf dieser Arche Noah quasi da durchs Weltall treiben. Ja, da kann man also auch mal reinhören, was die drüber sehen. Und ja, ich hatte vorhin schon den Twitch-Kanal erwähnt mit FiberX. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, da habe ich vorgestern auch wieder ein Video veröffentlicht. Da wird es vielleicht ein bisschen mehr kommen, so an Techniktests oder irgendwelche Empfehlungen für Gadgets oder sowas. Den könnt ihr auch mal abonnieren. Den werde ich mal mit in die Shownotes rein posten. Ja. Genau. Und dann sind wir eigentlich soweit durch hier, würde ich sagen. Oder? Ja. Sonst nix. Die Kate hat auch nichts drin stehen. Die kann ja sein können, die gibt uns irgendwas auf, was wir mit besprechen sollen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß morgen in der Sneak Preview. Vielen Dank dir, viel Spaß im Fußball. Ja, ich hoffe, dass ich viel Spaß haben werde und drei Punkte mitbringe. Die wären wichtig. Und ja, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche dann wieder in alter Frische. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast.